Herzlich Willkommen zu einer anderen Folge hier auf 7BZD. Ich kann nicht widerstehen, das Bauernhaus lacht mir so an. Wir waren nicht schonmal gewesen, aber wir waren auch hier oben. Das heißt, wir werden uns mal hier reinfüllen. Leicht überladen. Vielleicht finden wir noch eine gute Sache. Ich hoffe wir wissen, vielleicht haben wir ein Gartengerät oder sowas. Oh yeah. So. Hier geht's noch höher. Ich bin der mir frei. Detaher kann es noch nicht mehr anpassen? Nun sind wir da noch keine guten grains. Denn zwar nehmen wir auch ein Garteller. Es wird ja nicht weitergeschre ey. Und eine gute Waffe zum Beispiel. Dafür der Top. Weil das Talent aufbrechen kann ich nicht. Also noch nicht. Das ist natürlich nicht so wichtig. Weil andere Sachen sind wichtig. Das zubereiten zum Beispiel. Mal was da drin ist. Ich nehme mal einen Kaffee. Also Eier haben schon mitgeblendet. Gefunden. Einmal einen Kaffee. ich habe es geschafft nur 2000 und dann gleich Kuchen backen das können wir schon rechnen Ich habe ja noch viel Pflanzen gemacht, die können wir noch aufstellen und dann haben wir mal probiert mit 1.000 Euro arbeiten zu können. Ohne den Boden bearbeiten, das ist ja das einzige, was auch nicht mehr weiß, müssen wir testen. Ich denke, man könnte mehr 1.000 Euro pflanzen. Ach, bin ich gut. Ach, das hat sich gelohnt. 2 Messer und... Was ist das? Trigger, bleibt ja einmal eins. Ja, gut. Esad dazu... Nix. So, Fahrrad zurück. Hier war nicht viel zu holen. Ich bin eigentlich enttäuscht. Hier ist die Sackgasse. Bergbank. Regimental raus. Bisschen Holz. Eisen vor allem. Eisen... Baren vor allem. Er ist schon fehl. So müssen wir mühsam schmelzen müssen. Da haben wir ein bisschen Schrott. Auf so ein Fahrrad machen wir dann zurück. Korn. Ja. Das kann ich leider nicht deuten. Da hinten ist der Ort. Wir müssen zurück. Ach, den muss man dann lösen, ne? Ja. Der muss immer leiden, ne? Der braucht keine Medizin mehr. Das sind schnelle, bekommene XP. Sag mal so. 400 Punkte kriegst du so schnell beim Boden nicht. Die Tarten würden wir noch haben und Blei. Das können wir noch morgen holen. Der Kram ist fast fertig. Wir müssen die Dinger noch aufstellen. Die Eisen-Spicks für die Dinger heißen. Das haben wir zurück. Sonst haben wir rein. Na ja, gut nachts. Wir wollen ein bisschen was tun. Sag mal so. Wir würden noch ein bisschen packen und ein bisschen tun. Ein bisschen Bordeln, wenn es geht noch. Ein paar Spicks aufstellen noch. Und abends können wir dann schön dort zugehalten. Ist wieder 11 Uhr. Wahnsinn. Leute, wie die Zeit der Gateband spielen, keine Ahnung, wie wir zur Familie. Ich denke, wir sind gut gerüstet hier jetzt schon in der Mauer. Und mit dem Beton unten im Keller. Da sollten wir eigentlich sicher sein. Dass sie da nicht rankommen. Und... Mal schauen. Das andere Ende noch ein bisschen buddeln. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Das ist dann auch ein Problem. Böse Strafen hier, Böse Strafen. Na ja, wenn man in der Natur den freien Lauf lässt, also irgendwann nicht jede Straße wieder zurück. Erst wachsen wenig geflossen, dann mehr und irgendwann ist die Straße nicht mehr zu sehen. Dann löst sich jeder Asphalt von sich auf. Ja, unser Bau ist gut. Da unten links, da müssen wir ein paar Dinger aufstellen, dass sie nicht gleich reinlaufen können. Mein Ding doppelt. Und hier die Ecke wollte ich noch machen. Da hoch geht nicht, da ist der Kelle. Also muss ich im Prinzip später die Mauer weiterziehen, also den Graben. Und dann, dass sie nicht rein kommen. Die Ecke kann ich gut über einblicken von der Ecke raus. Und da oben kann ich auch noch gut schießen. So, alle kommen. Wenn die hier später schön weg machen, da unten ergänzen, dann kommen die gar nicht so leicht her. Und wenn das alles hier betroffen ist, dann sind wir weit gewonnen. Alle kommen. So, gleich mal. Meisweer hier schön. Meisweer. So, Rezepte. Ein Teil machen wir Körner. Sag mal zehn Stück. Fertig. Und die Rest machen Meisweer. Fertig. So. So, das geht aber ja durch. Nahrung. Ei. Meisweer. Und Tee. So. 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 versuchen wir jedenfalls. Fehler nicht. Schaukel, nehmen wir Mann. Wir werden mal den Kleber rausnehmen. Und hier haben wir... ...Maisbrotter fehlt Wasser. Machen wir mal 10 Maisbrotter. 11. Gehen wir zu Beißen. So, nehmen an und das Eis gleich reinlegen. Ich hoffe, hier ein bisschen Eisen bekommen. Hier haben wir jetzt Schuss. Hier können wir ausmachen. Sieht aus. Ein paar Sekunden, ne? So. Wir werden mal raus probieren zu pflanzen. Na, haben wir geschlafen hier vorne. Die Dinger können immer wieder kommen. Haben die Dinger im Prinzip der Pink gesenkt. So. Ich will nicht all zu weit laufen. Dann muss ich mal schauen, ob das hier funktioniert. Oder ob wir was machen müssen. Ich glaube schon. Dann müssen wir so den Boden aufbereiten. Also umgraben sozusagen. Geht's um graben? Das wäre Quatsch, ne? Schaufeln nehmen. Pickel. Aber das bringt auch nichts. Nur mal schauen, wo bin ich herstellen können. Halt Maul über drinnen. Halt Maul über drinnen. Diese Munition ist nicht ganz so steil. Wir haben noch etliche König. Mittlerweile ist es ein bisschen schlimmer gemacht. Die Broschen, dass sie im Prinzip nicht direkt den Weg aufnehmen können. So. Wann ich hergestellt? Wollte doch herstellen. Gut. Ist doch nicht gut. Schau mal. Was können wir herstellen? Äh. Werkzeuge umfallen. Waffen. Das ist also nicht wichtig. Die Werkbank. Rohstoffe. Werkzeuge. Im Grunde muss ich so was sagen wie eine Hacke. Stahlschaufel. Das kann man noch brauchen. Ein Fahrrad. Zwei Räder. Ein Rahmen. Zum Rahmen brauchen wir. Das haben wir eigentlich schon. Brauchen wir ein Lenkrad. Dann wären wir flexibler. Aber ich brauche noch nichts hier. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Und das Teil. Das sehe ich hier nicht bei. Okay. Das können wir herstellen. Was ich nicht herstellen kann. Was ich nicht herstellen kann ist, äh. das ist ähnlich. Nein. Đây geht nicht. Das ist ungünstig. Schauen wir mal, ob wir da nicht meine vier Teile noch haben. Da die vier. Ich hab jetzt verformtes Fleisch viermal. Zwölf. Picard brauchen wir dazu. Picard. Da sind wir jetzt da unten. Bisschen Holz. Lenige Erde. Wir haben hautes Fleisch. Da braucht es keine Zeit. Wir haben eine Händler fahren und dann gucken, ob wir so ein Ding gekauft kriegen. Jetzt ist es schon spät. Hamburger Zeit? Das ist schon spät. Ich finde, dass ich kein Pfann ins Fleisch. Das kann ja passieren. Aber in dem Fall auch nicht. Das kann ja passieren. Aber in dem Fall auch nicht. So, dann gehen wir nach oben. Wo man mein Mais macht. Oder grün jetzt. Oder ziemlich vielmehr schon mal. Nehmen wir alles, was wir pflücken können, ne? Test nochmal. Ich bin hungrig. Das ist typisch. Korning. 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 Kappersamen. Ja. Ich habe in Gartenburg kein Glück. Korning. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 prestigious junior 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 Denn das Mais würde mir sofort Unreichheit schaffen, also wir müssten nicht mehr losdüsen das wäre ja vieles einfacher wir werden mal probieren ob wir was hinkriegen bei den neuen, ob das besser ist dann muss ich mal klappen Naja, sinds ja auch nix. Na gut, okay, den Samen wieder, da haben wir nix von, ne? Die wollen ein bisschen mehr als Samen haben. Na, hier. Sit. Sit. Das ist mein Staude. Yeah. Also wenn wir einen Maisstaude haben. Corning. 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 Gut, warten. Ja. Hier die Ecke. Seht schon mal ganz gut aus. Also da schon mal, äh, da tun sie schwer, auf den Wind zu kommen. Muss dann noch vorder, äh, unser Dingschen wissen, da noch was tun. Und morgen noch einiges pflanzen. Corning. Corning. Gut. Gehen wir mit dem Maisbrot, äh, Maisbrot essen. Oh, lecker. Hauptsache wirklich schlecht. So schön. Wir putzen. Und in irgendeine Talion an. Bau dafür. Betaufel. Zwei. Wir haben auch hier einiges hier. Und vor dem da. Da fehlt ein bisschen Holz. Wahnsinn, das habe ich mir verlaufen lassen. Oh, ich muss mir nicht mehr Sachen herstellen. Dann müssen wir uns erst diese machen. Äh, äh. Dann können wir auch sagen, was für diese Werte? Vier. Meine Sorge, dass wir es durch vollkriegen. Wenn wir Glück haben, können wir morgen wieder mit Mais ernten. Wir haben auch noch einen Meister. Äh. Ne. Das habe ich gefeuertet. Äh. Das war eine schlechere Doppel. Muss auch einiges gesagt werden. Medizin. Dollar. Wenn nicht mehr hat, dass wir wirklich klar sind. War mir schon ganz viel zum. Jetzt kommt der Katsum. Das war ja ein kleiner Teil, der war ja ein kleiner Teil. Wann nicht? Da ist deinemal. Ja, da haben wir es. Ich habe wieder Hunger. So, Kartoffel kommen, einer noch. So, haben wir Wasser? So, haben wir noch Wasser? Ansonsten müssen wir Luftdüten. Wasser holen. So, 52. Gläser. So. 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 So.